ich mache eben kommentiert hat das alles in um ich hatte das von die lautstecke von spieler deswegen hat man noch nicht richtig aber jetzt tut man es weil ich in dennoch ein bisschen da lassen deswegen nämlich vielleicht zweimal hören könntest jetzt zum Beispiel zwar geht es um den neuen Kanal von um wir haben einen Kanal gemacht den geht es halt darum dem geht es darum dass nur Videos von von uns beiden kann da auch vielleicht Videos und sonst wollte ich eigentlich nicht mehr labern im spiel im Hintergrund können euch wahrscheinlich schon denken was es ist ich sag es jetzt noch nicht ja geht es halt dann okay das muss ich eigentlich nicht erklären ich bin jetzt einfach das Video ein bisschen weiter weil ich keine Ahnung was ich machen kann okay 44 gehen Anzug auf 45 hoch ja geht schon ja ist gut ich weiß nicht ob ihr die Mauste gerade seht also hier ist der Anzug und hier die Lehm ja 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 das erste Video von unsern ja das erste Video von unsern neuen Kanal habe ich gerade im Hintergrund gehört die jetzt dann morgen kommen der Link ist natürlich in der Beschreibung natürlich ganz fett um wenn ihr wenn ihr mich mögt wenn ihr Orca mögt wenn ihr uns beide mögt lasst einfach ein fettes Abo da ja freut uns natürlich immer freuen uns natürlich immer weil das ist klar aber es freut mich hin bis hin durch das war jetzt nicht einmal die Läden mit dem ich es kann abspiele selber gucken und dazu einfach nur noch kommentieren um sondern an dem Video selber das selber war anscheinend jetzt merkt man ja bei so vielen Spieler und bei so vielen Spieler äh spieler m ja ja am jedenfalls in dem Spiel werden auch noch ein paar mehr Videos mit DSN zusammenkommen denn er hat es auch jeden Fall ich bin noch ein bisschen da drin also das ist jetzt einigermaßen gut aus ein jetzt weiß ich schwer aber wenn jemand das tatsächlich spielt es ist nicht wirklich sehr gut weil die Maps sind immer anders die Märkte der Spiele ist auch wirklich mein Lieblings-Map weil da kriegt man halt am häufigsten Sachen und es ist halt eine relativ kleine Map auf der man sich halt nicht wirklich verstecken was ich auch wieder gut finde schenken jetzt selbst ich setze da jetzt mal keinen Hintergrundmusik rein nachher so Nala 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 guck euch das mal an in der Nase gelandet vielleicht hatte mich ja im Hintergrund was sie sagen können werde ihr wahrscheinlich nicht verstehen weil ich hab das ich habe aus Versehen meine Stimme zu leise gestellt und das Spiel ist laut das war nicht beabsichtigt das war nicht beabsichtigt die 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 ich bin ich hätte vielleicht noch mit abrücken sollen Ah, wieder hoch! Abschließend. Ach, das wollte ich jetzt nicht so viel aushalten. Ja, jetzt sage ich mich gerade im Hintergrund, dass ich gesagt habe, dass ich das nicht bald nütze, Janis auch spielen werde. So, das muss ich sein. Ist er der gleiche? Das war's, du kriegst die Idee meines ganzen Lebens. Deswegen. Das war's. Ich hoffe, die mäßigen Videos sind nicht lauter, sonst stelle ich manchmal einfach noch lauter. Ja. Pegel höher setzen, dann geht alles. Ach, die Stelle, wo das Server wieder so gepackt hat. Der Leck. Entschuldigung. Ich bringe das häufig auseinander. Fack, Leck. Ist doch alles das Gleiche. So, ja, jetzt ist das schwer, ja. Die Gere vorbei jetzt halt. Hey, Leute. Tschüss, und bis zum nächsten Next Play. Tschüss. Dann war's Ohhh. Tschüss. B higher Clara�us. ernは?